hey ihr lieben eine schöne 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 gruß von spanien salo gucken eine riesengroße schwimmbad habt ihr schon gesehen riesengroße riesengroße schwimmbad gibt es hier in salo ja ihr lieben salo 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 meine freundin hat hier einen neuen job die wird gerade eingewiesen fängt aber morgen erst an und ich warte auf sie sie muss jetzt jeden moment kommen also wird nur eingewiesen was sie braucht für morgen für die arbeit und hin und her und dann fängt sie morgen an das ist richtig schön ihr lieben und ja und gut da habe ich mir gedacht machen wir doch mal kurz ein video schaut mal wer ist ja gut ihr lieben also nur ein kurzes video dass hier dass wenn ich schon mal hier bin euch ein bisschen salo zeige ein bisschen guckt wissen sieht schaut man wie schön richtig schön ja komm ich gehe mal ein bisschen näher an strand zeige ich euch ein bisschen das bisschen näher den strandi ja ich muss leider mit der maske noch rumlaufen wir müssen leider mit der wir müssen mit der maske noch ein bisschen rumlaufen naja gut aber was solls schaut mal wie schön richtig schöne 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 starahan ja gut ihr lieben kurze video nur die muss die kommt gleich dann fahren wir wieder zurück ich hoffe man weiß nicht ob ihr die berge da hinten sieht ich glaube nicht so wie es hallo das ist so riesengroßer becken richtig riesengroß das wasser ist kommt ja eigentlich immer ziemlich zeit an nicht groß mit wellen und da hinten schon wieder kam bril gut dann ich wünsche euch einen wundervollen wunderschönen sommer erleben wie gesagt ein bisschen weniger in youtube ja bisschen mehr auf anderen plattformen unterwegs ein bisschen mehr natürlich auch jetzt den sommer genießen ja wie gesagt im winter bin ich schon eher der mensch der eigentlich zu hause ist und überhaupt nicht raus geht im winter was willst du oder wenn es kalt ist und auch hier bei uns ist es in der ziemlich norden in spanien ist es kalt im winter und jetzt im sommer klar will ich natürlich auch ein bisschen leben ja ich denke mal da habt ihr auch verständnis ich bin ja keiner der die welt hast oder von der welt gehasst wird das ist nämlich was manchmal den eindruck macht wenn wir so leute wie wir wie wir sagen da ist das das ja ich lebe ich liebe das leben ich liebe das leben und das wollen natürlich jetzt im sommer auch genießen ja also wie gesagt ja wenn sachen anstehen oder sonst was natürlich dann werde ich weiter videos machen darüber sprechen ist ja klar und sonst ansonsten haltet ihr ohren steif ihr lieben ja bleibt gesund betet betet dass der heilige geist über die ungläubigen kommt ja bitte für die kranken für die obdachlosen für die verlassenen für die alten und so weiter ja gut da gehen wir noch mal ein bisschen hier in die straße rein und das war's dann für heute und hoffe sehen wir uns ein bisschen ein bisschen bald vielleicht in der woche oder so mache ich noch mal ein video oder so noch mal gucken ja salo schön städtchen schön städtchen richtig schön städtchen ja gut ihr lieben danke dann bis bald bis bald bis bald ihr lieben bis bald und du da ja juni du hast gesagt juni ja du groß mal falls du das siehst gut bei bei